André Ornana 2. April 1996 in Collingé-Oak, Centre, ist ein Kammer-Uni-Scher-Fußball-Tourwart, der beim niederländischen Klub Ajax Amsterdam spielt. Erster André Ornana, Spielerprofil 18.19. abgerufen am 1. Mai 2019. Karriere Vereine Ornana begann seine Karriere in der Samuel-Eto'-Academy in Douala. 2010 wurde er vom FC Barcelona verpflichtet und gehörte fünf Jahre lang der Jugendakademie La Masia an. Als A-Jugendlicher bestritte in der Saison 2014-15 alle sechs Spiele der Gruppe F in der UEFA Youth League. 2015 wurde er für 150.000 Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet und mit einem bis zum 30. Juni 2018 gültigen Vertrag ausgestattet. Dieser wurde mittlerweile bis 2021 verlängert. Nachdem er in der Zeit vom 9. Februar 2015, 24. Spieltag, bis 12. August 2016, zweiter Spieltag, 39 Ligaspieler für Jung Ajax, der zweiten Mannschaft der Amsterdamer in der Erste Divisi, der zweithöchsten Spielklasse in den Niederlanden, bestritten hatte, gab er am 20. August 2016, dritter Spieltag, bei der 1-zu-2 Niederlage der ersten Mannschaft im Heimspiel gegen Willem Zweithelböch sein Debüt in der Eredivisi. Nationalmannschaft Sein Debüt in der Nationalmannschaft Kameruns bestritt er am 6. September 2016 in Limme beim 2-zu-1-Sieg im Testlinderspiel gegen die Nationalmannschaft Gabou.